Wann wird die Rente im Monat Juni 2024 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, Sie könnten jetzt sagen, das ist ja immer das Gleiche, aber jeden Monat gibt es von uns immer dieses Video zum Thema Rentenzahlung im entsprechenden Monat. Und jetzt ist der Monat Juni 2024 dran. Ja, und Sie werden sich sicherlich alle die Frage schon gestellt haben, wann kommt die Rentenkohle auf mein Konto? Das ist relativ einfach. Das Gesetz sagt, die Rente wird am Ende des jeweiligen Monats zur Zahlung fällig. Jetzt kommt es natürlich noch darauf an, ob sie vorschüssig gezahlt wird oder nachschüssig gezahlt wird. Aber sie wird am Ende des jeweiligen Monats zur Zahlung fällig. Das Ende des Monats Juni ist ein 30. Das wäre der Sonntag. Der Sonntag ist kein Bankarbeitstag. Der 29. Juni wäre dann der nächste Tag, wo man drauf schauen muss. Das ist aber auch kein Bankarbeitstag, weil das ein Samstag ist. Jetzt kommen wir aber zu dem Freitag, den 28. Juni. Und das ist genau unser Tag. Das heißt also, am 28. Juni 2024 wird die Rente für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, davon sind welche dabei, die auch doppelten Renten oder Mehrfachrentenbezug haben, dann entsprechend ausgezahlt. Und zwar wie folgt. Für den laufenden Monat Juni am 28. Juni 2024, das ist die sogenannte nachschüssige Rentenzahlung, die ist geregelt in § 118 SGB VI. Und dann haben wir noch die vorschüssige Rentenzahlung. Das heißt also, die Vorschussrente für den Monat Juli wird auch am 28. Juni 2024 gezahlt. Und zwar für die Rentnerinnen und Rentner. Bitte genau zuhören, deren Renten erstmals vor dem 1. April 2004 begonnen haben. Also bitte nicht denken, weil ihre Rente am 1. April 2024 beginnt, bekommen sie ihre Monatsrente Juli im Juni gezahlt. Nein, sondern nur diejenigen Rentnerinnen und Rentner, das ist nämlich nicht die Hauptmasse, deren Renten vor dem 1. April 2004 begonnen hat, bekommen ihre Rente für den Monat Juli schon am 28. Juni 2024 ausgezahlt. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Rentenzahlung im Monat Juni. Sie können sich freuen, meine Damen und Herren. Alle die, die ihre Rente vorschüssig ausgezahlt bekommen für den Monat Juli, die erwarten bitte auch dann schon die Rente mit dem höheren Rentenwert, der ja ab dem 1. Juli 2024 gelten soll. 39,32 Euro. Merken Sie sich das bitte, bitte in den entsprechenden Zahlbetrag mal reinschauen. Sie werden sehen, da gibt es dann schon eine Veränderung zur laufenden Rente für den Monat Juni. Das einfach mal vergleichen. Ansonsten gucken Sie bitte auf Ihren Rentenanpassungsbescheid. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.